Schein entgegen, wenn alle so motiviert dahinterstehen. Bevor ich es vergesse zu sagen, es gibt Feedbackzettel. Die sind immer eine sehr gute Grundlage für uns. Nicht vergessen auszufüllen und am Ende abzugeben. Interessiert uns sehr, was Ihre Meinung ist. Und jetzt würde mich interessieren, ob ihr genauso gut singen könnt, wie ihr Zugaberschlein habt. Weil jetzt hat sich der Vor-Schon wieder angeschränkt, jetzt müssen wir mal das Publikum dran. Oh, 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 oh Vielen Dank. 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 Vielen Dank.